Leben bedeutet Veränderung. Und jede Veränderung bringt neue Herausforderungen. Es fällt schwer, ganz alleine damit zurechtzukommen. Die Herausforderungen sind ausgesprochen vielfältig. Die Digitalisierung erobert immer mehr Lebensbereiche, Familiensituationen ändern sich, Neuanschaffungen werden nötig. Gesundheits- und Wirtschaftskrisen erschüttern unser Leben. Die Menschen werden immer älter. Als Genossenschaftsbanken stehen wir dir bei all diesen Herausforderungen zur Seite. Unsere Beraterinnen und Berater begleiten dich partnerschaftlich in allen Lebensphasen, gehen auf deine individuellen Wünsche und Ziele ein und wollen dir zu finanziellem Wohlbefinden verhelfen. Wie machen wir das? Durch unsere genossenschaftliche Beratung. Es geht uns darum, wie wir dich kurzfristig, aber auch langfristig umfassend betreuen. Wir sind an deiner Seite. Kompetent, ehrlich, fair und auf Augenhöhe. Die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in den unterschiedlichsten Lebensphasen unterscheiden sich sehr, so wie auch die Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Unsere Beraterinnen und Berater gehen gerne auf deine Bedürfnisse ein. Wir arbeiten unabhängig, ohne Beraterprovision, denken mit und zeigen Chancen und Risiken auf. Manchmal sind es große Ziele, manchmal kleine, die aber für den Einzelnen sehr wohl sehr groß erscheinen können. Max zum Beispiel möchte von zu Hause ausziehen, braucht dafür aber zusätzlich ein eigenes Auto. Wie viel müsste er dafür pro Monat sparen? Oder Anna und Markus. Sie haben geheiratet und Nachwuchs bekommen. Sie wollen sich gegenseitig vor existenziellen Risiken absichern, für die Kinder vorsorgen und auch an das eigene Älterwerden denken, damit sie die Zeit jetzt und später genießen können. Wir nehmen uns Zeit und hören dir genau zu. Gemeinsam verschaffen wir uns einen Überblick über deine Ausgaben und Einnahmen und zeigen Wege auf, wie du deine Ziele langfristig und realistisch verfolgen kannst. Wir fühlen uns für deine Vorsorge und Absicherung verantwortlich. Ein Leben lang. Wir gehen deshalb sehr sorgfältig auf deine finanzielle Situation ein. Unsere Berater und Beraterinnen erarbeiten gemeinsam mit dir eine machbare, langfristige finanzielle Lösung. Wir begleiten dich und helfen dir dabei, deine Lebensziele zu verwirklichen. Wir handeln lokal und glaubwürdig. Unsere genossenschaftliche Beratung orientiert sich an den genossenschaftlichen Werten von Raiffeisen. Deine Bank, deine Genossenschaft und dein finanzieller Weggefährte. Ein Leben lang. Denn was du alleine nicht schaffst, das schaffen wir gemeinsam.